Tutorial, was ich heute mache. Und zwar zeige ich euch, wie man einen Player-Sheet bzw. einen Player-Rahmen erstellt, ganz speziell für die Gamer-Szene in der Videospiel-Branche. So, da fangen wir ganz einfach an. Ihr öffnet euer Bildbearbeitungsprogramm, am besten Photoshop, um das daran zu üben. Was ihr euch schon mal parat legen solltet, sind natürlich die Grundideen, wie ihr das umsetzen wollt, denn das Logo von dem jeweiligen, was ihr dann präsentiert und natürlich auch wie in den Farbfeldern, wie ihr sehen könnt, die Farben. Und was noch ganz wichtig ist, dass ihr ein Musterbild zum Schluss, zum Beispiel von den Spielern, ich habe jetzt ein Bild von mir genommen, was ihr denn da rein macht. Was ganz wichtig ist, dass es lizenzfrei sein sollte. Sonst kriegt ihr nämlich Ärger. Ja, bevor wir anfangen, ist es noch ganz wichtig, die Voreinstellungen zu machen, falls ihr die noch nicht gemacht habt. Da gehen wir auf Bearbeiten, Voreinstellungen, dann Maße, Einheiten und Lineale. Da ist es wichtig, dass ihr Lineale und Text, Spalten, Maße, alles auf Pixel und Pika setzt. Und die Auflösung sollte auch 300 sein. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was ihr dazu braucht. Gut, dann fangen wir mal an. Die Standardgröße für den Player-Rahmen ist, fangen wir mal noch, manchmal schließe ich mal kurz, Datei neu gehen wir erstmal. Breite ist 180 mal 140. Am besten macht die den Hintergrund auf Transparent, also mache ich das immer. Damit kann ich besser arbeiten. Ja, und dann fangen wir gleich schon mal an. Jetzt sehe ich mir erstmal meine Farben aus, die ich mir schon parat gelegt habe für meinen Kunden Makersfield, da die nämlich in Zukunft einen Player-Rahmen brauchen. Und das Ganze zeige ich euch mal. Also ich finde es ganz wichtig, dass man beim Player-Sheet zeigt, erstmal die Grundfarben, die der Clan auch präsentiert. Ja, hier sieht man zum Beispiel, der Clan ist ziemlich blau enthalten. Und das machen wir auch so. Dann fange ich mal mit dem Auswahlwerkzeug an. Dann machen wir mal eine Balken, sagen wir mal 30 Pixel in der Breite. Nimm das Füllwerkzeug und füllen die Ebene damit. Mit STRG-J könnt ihr, wenn ihr auf Ebene 2 bleibt zum Beispiel, die Ebene kopieren. Dann gehen wir auf Bearbeiten, Transformieren und sagen, um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Und dann passen wir das Ganze an. Sieht ja schon ganz schick aus. Das heißt, ich habe jetzt schon mal meinen Grundriss für den Player-Rahmen. Und da das alles noch ein wenig Lusch aussieht, spielen wir jetzt auch mit kleinen Effekten und ein bisschen mit Schatten und Farbverläufen, damit das alles ein bisschen brillanter aussieht. So, und dann nehme ich einfach mal eine dunkle Farbe. Ihr könnt entweder mit X switchen oder ihr geht mit dem Cursor auf den abgerundeten File und könnt die Farben wechseln. So, dann nehme ich mal das Verlaufswerkzeug, werde auf die Ebene 2 gehen und mit der STRG-Taste und linker Maustaste werde ich die Ebene markieren. Ich werde eine neue Ebene machen und werde jetzt mal ein bisschen blau mit reinmachen. Hier oben könnt ihr natürlich dann auswählen, ob das ein linearer Verlauf sein soll, ein radialer Verlauf sein soll und andere Möglichkeiten. Also ich arbeite meistens mit den zwei. Hilft eigentlich ganz gut. So, mit der Shift-Taste könnt ihr die Linie natürlich gerade lassen, weil wenn ihr die Shift-Taste loslässt, dann wird die krumm und schief. Kommt immer drauf an, was ihr macht, ne? Und ich arbeite meistens mit der Shift-Taste. So, also legen wir mal los. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Schatten dahin und packen natürlich die Ebene 2 darunter, damit das alles ein bisschen schöner aussieht. Genau, und das gleiche machen wir unten auch nochmal. Huch, sollte ich mal das Werkzeug ausführen? So, genau. So. Sieht ja alles schon mal ganz schick aus, ne? Jetzt müssen wir mal überlegen, wo soll das Logo hin? Das wähle ich jetzt einfach aus mit dem Zauberstab. Einfach ganz klischeehaft. Ich mache Auswahl umkehren, damit ich das Logo auch nur habe. Und kopiere das mit STRG-V rein. Und mit STRG-T könnt ihr das transformieren und mit der Shift-Taste gedrückt halten, damit die Seitenverhältnisse nicht verschoben werden. So, schauen wir mal. Das Logo haben wir jetzt hier. Fangen wir mal ganz nach oben. Und das da unten, das MF von Melkersfield, mache ich jetzt mal weg. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich finde es immer ganz lustig, wenn wir das ein bisschen drehen. So. Genau. Hat doch schon einen kleinen, super Effekt. Wichtig ist beim Player-Rahmen, dass man den Clan-Namen hinschreibt, den Spielernamen. Manche schreiben auch die Squats hin oder auch den Slogan. Also da kommt es darauf an, wie ihr euch das vorstellt. Das ist ganz freier Hand. So. Damit das alles noch ein wenig zu lusch aussieht, machen wir noch ein paar kleine Effekte rein. Dann mache ich mal eine neue Ebene und wähle mir jetzt einfach mal irgendeinen lustigen Brush aus. Was ein bisschen abstrakteres. Und wähle dann wieder hier den Balken aus. Auf Normal, Modus auf Normal. Transparent machen wir mal ein bisschen so. Und die Brush-Größe auch ein bisschen weniger. Und schauen wir mal, was da passiert. So. Machen wir mal auf 50%. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Naja. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ist ja nicht schlimm. Da könnt ihr euch ein bisschen ausprobieren. Ich arbeite sehr gern mit Brushes. Viele sagen, mit Brush arbeiten kann jeder. Kann sein. Aber die Brushes richtig einzusetzen, das muss man auch erstmal können. Schauen wir mal, was ich hier noch so zur Verfügung habe. Gucken wir mal hier rein. Mir wäre jetzt lieb, wenn wir irgendwas wie Steinrisse reinmachen oder sowas. Ein paar coole Effekte. Ja, sowas. Genau. So. Das machen wir jetzt auch noch bei der anderen Ebene. Bei den Balken unten. Wir machen das mal da drüber. Und schon sieht das Ganze recht in Ordnung aus, ne? So. Dann machen wir natürlich jetzt einfach mal ein Bild von mir rein. Um zu gucken, wie das schon mal wirkt. Auf ganz unten die Ebene. Skalieren das mal wieder ein bisschen. Man kann da auf verschiedenen Arten weisen das Bild auch schon skalieren. Ich mache das jetzt einfach mal schnell so. In Schnellformat. Zack. Genau. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie sieht mir das noch ein bisschen zu lusch aus. Dann nehme ich jetzt einfach mal den Zeichenstift und mache hier oben noch eine Abrundung rein. Linker Maustaste gedrückt. Haltet. Dann könnt ihr so eine Abrundung machen. Mit Rechtsklick Auswahl erstellen. Wichtig ist ein Pixel. Damit die Kanten weich sind und nicht so abgehärtet. Und dann mache ich hier nochmal eine neue Ebene. Und mache das ganze Spiel nochmal. Kann ich das hier auch wieder mit linker Maustaste und Steuerung, wenn ich in die Ebene hier reinklicke, wieder auswählen. Und dann Verlaufswerkzeug. Machen wir mal hier oben. Da noch so. Gucken, wo wir es jetzt hier reinsetzen. Mal gucken. Alles noch irgendwie ein bisschen dunkler machen. Ja, so. Genau. So, jetzt sieht man natürlich in dem Bereich hier die Kante. Die zaubern wir jetzt einfach mal ganz einfach weg. Wir gucken, was wir da verwendet haben. In den Ebenen. Schauen wir mal. Das genau. Und zwar nehmen wir einfach jetzt wieder den Over... Ich sag mal das, was wir mit dem Zeichenstift gemacht haben. Wehen wir aus. Nimm den Pinsel. Drücken Modus löschen. Und nimm die normale Pinselspitze. Härte 0. Und so machen wir mal ein bisschen weniger. Zack. Löschen das alles mal so ein bisschen. Genau. So. Gucken wir mal hier, was wir hier noch machen können. Das ist jetzt natürlich wieder Vorführeffekt. Jetzt würde das nicht funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Hier ist die Ebene. Genau. So. Jetzt machen wir das mal so. und führen einfach noch mal die Ebene hier aus. So. Neue Ebene. Fülle aus Werkzeug. Jetzt können wir jetzt zum Beispiel, weil das ziemlich glatt ist, die Oberfläche, und wir ja gerade ein Brush benutzt haben, dass wir jetzt zum Beispiel den Brush auf Löschen nehmen. nehmen wir den Brush wieder aus, den wir vorhin genommen haben. Oder einen anderen Brush, damit das einfach ein bisschen besser aussieht. So, ne? Ja. Hat doch was. Sieht schon mal sehr super aus. Genau. Und da mir die Kanten hier an den Seiten irgendwie so abgehackt sind, machen wir da noch einen kleinen Effekt rein. Und zwar machen wir so einen kleinen Balken von einer Breite von 2 Pixel. Neue Ebene. Machen wir mal weiß. Drücken wieder Füllwerkzeug. Machen das Ganze in der Höhe mal anders. bisschen kleiner, weil wir jetzt nämlich mit kleinen Spielereien super Effekte rausbekommen. Denn gehen wir auf Filter. Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Natürlich im Winkel von 90 Grad, oben nach unten. Und machen den Abstand mal auf machen wir mal auf eine runde Summe auf 100. Könnten bei ebenen Effekten hier unten Fx, das ist für die Effekte, könnten wir zum Beispiel Schein nach außen machen. Machen wir auch weiß. Dann sieht das alles schon etwas eleganter aus. Das sind nur Beispiele, wie ich es zum Beispiel mache. es gibt zigtausend andere Möglichkeiten. Aber so arbeite ich am meisten. Das hier nochmal ein bisschen. Genau, das machen wir auch nochmal unten. Das heißt, ich habe die Ebene wieder mit STRG J kopiert. Im Uhrzeiger sind drin. und machen das Ganze hier nochmal ein. So. Und das kommt natürlich unter dem Logo. Das löcheln wir auch noch ein bisschen. und da wir hier oben eine Abrundung drin haben, werden wir das jetzt wieder mit dem Zeichenstift nachholen. So ungefähr. Und da können wir jetzt unter Fade erstmal müssen wir den Pinsel auswählen, was wir daneben wieder Modus normal. Dann nehmen wir einen mit der Härte 100 und die Größe machen wir mal 5 Pixel ist zu viel. Wir hatten ja 2 gesagt. Also machen wir mal 2. Dann klicken wir rein, Rechtsklick und machen Fadkontur füllen, Druck simulieren vom Pinsel. Oh, ich habe die Deckkraft vergessen. Deckkraft wisst ihr natürlich nicht so wie ich auf 50% mache, sondern auf 100%. Fadkontur füllen, Pinsel, zack. Dann können wir hier mit Rechtsklick den Fad löschen, damit er wieder draußen ist und schon haben wir den Fad für oben. Jetzt habe ich das natürlich nicht auf eine Extraebene gemacht, ich mache das mal auf eine Extraebene, da solltet ihr aufpassen, dass ihr nicht in einer anderen Ebene arbeitet. so und hier machen wir es jetzt nicht mit dem Bewegungsunschärfen, hier mache ich einfach nur mal einen Schein nach außen, mache den auch wieder weiß und die Größe 3. auch mal hier wieder ein bisschen löschen, damit man einen kleinen Bewegungseffekt drin hat. So sieht das eigentlich schon ganz schnicker aus. So, jetzt kommt es eigentlich drauf an, wo ihr was hinhaben wollt, wo der Username hin soll, beziehungsweise der Clanname. Das machen wir jetzt einfach mal in Schnellverfahren. Makersfield. Wenn er das jetzt hier mal machen würde, da ist es schon. So, nehmen wir mal auf 100%, wie das aussieht. Makersfield. So, sieht eigentlich schon ganz super aus. Dann packen wir nochmal den Namen hin, den Username. Können wir jetzt hier unten zum Beispiel hinpacken mit der Schrift kleiner, auf 14. gucken, was es noch so für schöne Schriftarten gibt. Ich habe ja zig tausend. da könnt ihr dann mit den Schriften das könnt ihr euch auch aussuchen. Also, das ist alles einfach eine Kreativität, die ihr euch überlegen müsst, wie ihr die Grafik basteln wollt. Das war jetzt einfach mal nur ein kleines Beispiel. Mal gucken, was wir hier nehmen. Also, wie gesagt, es ist mein erstes Tutorial. Ich entschuldige mich dafür, für diese langen Sucherei. Ich habe das einfach ganz spontan gemacht, ohne jeglichen Idee. Na, dann nehmen wir mal doch die Schrift. So, zack. Machen wir hier Makersfield rein. Und hier Webweber. So, sieht er schon mal ganz schick aus. Vielleicht könnten wir ihn noch bei dem Logo ein paar Sachen reinmachen. Auch ein bisschen Schein spielen lassen. Zum Leuchten bringen. Ich würde da vielleicht ein schönes Blau nehmen. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, genau. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel, also oben kommt eigentlich meistens der Klarname hin, unten der User Name. Das ist aber freie Entscheidung, wie jeder will. Dann finde ich noch ganz wichtig, dass man die Homepage mit einbindet, damit die Leute, wenn sie sich auf den verschiedenen Plattformen mit dem Bild präsentieren und sich Werber da vielleicht interessieren, die den Domainnamen sehen. www.makersfield.com zack, machen wir ein bisschen kleiner. Wir könnten das jetzt hier reinbauen, mit der Deckkraft ein bisschen runtergehen. da mir der Text jetzt hier viel zu angeklatscht ist und die Leute würden das gar nicht richtig sehen, geben wir einfach auf das Werkzeug Zeichen, das könnt ihr auch unter Fenster und Zeichen einsetzen und dann machen wir mal die Breite auf 50 und dann sieht man das alles schon. Müssen wir mal gucken, wo wir es hinsetzen. Tja, wo setzen wir das jetzt hin? Lassen wir es erstmal mal so hier und mache daraus mal eine Ebene und werde das www mit dem Punkt einfach mal weglöschen. Dann sieht das ja alles schon wieder viel besser aus. Jetzt könnte man auch zum Beispiel mit Stilen arbeiten, mit Vorgefertigten oder mit ihr könnt dann auch zum Beispiel selber wieder mit den Effekt abgeflachte Kanten Relief könntet ihr jetzt da selber rumspielen wie ihr das gerne haben möchtet. Hier wollen wir mit der Deckkraft ein wenig runter. Jetzt könnte man zum Beispiel die Textebene wieder kopieren im Uhrzeiger sind reden und jetzt könnte man hier noch paar kleine Spielereien machen mal einfach sagt kopiere jetzt die Ebenen wähle die drei wieder aus pack den bisschen höher den einen mache ich in der Deckkraft ein bisschen niedriger machen wir mal auf 30% hier auch auf 30% und hier machen wir mal ein bisschen auf 60% hat das einen kleinen Effekt ja wie gesagt so würde das Ganze dann aussehen und ich hoffe das hat euch ein wenig geholfen ich wünsche euch weiterhin viel Spaß und auf den kommenden Tutorials tschau